Nö, wieder ein Dicker neben mir! Schießt! Schießt auch! Schießt! Ich helfe dir nicht, dass die Rache fällt. Das letzte Mal. Wie schön sie da überall rumstehen. Ja. Wir müssen den Backup halten. Er ist tot, wenn wir warten. Wir müssen ihn jetzt rausnehmen. Jetzt gehen wir runter! Hallo! Hallo! Ja, der gute Weiß Cheese ist wieder dabei. Und ich natürlich die gute Ute. Leider habe ich jetzt nicht mehr meinen Angel, oder Angel, wie auch immer er heißt. Ich muss jetzt einen anderen Typen spielen. Aber ich habe jetzt... Ähm... Nö! Ups! Was war denn? Ich war eigentlich jetzt... Ich habe es halt angezogen. Wenigstens ist es jetzt hell. Guck mal, stell dir mal vor, ich hätte das hier bei dem Öl gemacht. Was hier direkt vor uns ist. Hey! Ich habe sie ins Gesicht geschossen. Warum ist dein Gesicht noch dran? Ich habe sie direkt ins Gesicht geschossen. Oh, super! Jetzt kommen sie. War ich sie angelockt? Oh, sie kommt von hinten! Ich habe sie angelockt! Ah, schön. Geht ja schon wieder gut los hier. Oh, warte. Oh, was haben wir denn hier? Hm. Aber ich habe einen Granatwerfer auf dem Rücken. Ah, ich rufe ein Tipp primär. Hat die noch mal ein bisschen mehr Munition? Nee, hat sie nicht. Die hat weniger. Wir werden Scharfschützengewerfer zu eins möchtest. Oh, ich bleibe bei der Pump. Hier ist eine kleine Pumpgang. Oh! Die nehme ich als Sekundärwaffe. Super! Was ist hier noch? Oh! Stacheldraht hat er sich genommen. Spottet ein Lurker! Steig nahe! Lurker näher! Lurker näher! Muss man hier hoch? Ich drück den Knopf. Ich füge den Knopf. Geht da wieder auf. Sie kommen von überall? Wunderbar. Willkommen! Also mit der Schalke eine Pistole in die Menge reinhalten. Weißt du was? Wozu habe ich denn? Kling, Kling! Um! Kling, Kling! Um! Eh! Sie kommen! Uiia! Tschüssi! Fast wäre ich runtergefallen. Hallo fast! Kommt! Immer schön durchs Feuer, genau. Wuiiii! Wie sieht's angeht? Ähm. Ich hörte was von hinten. Von hinten? Da kam gerade ein unheilvoller Schrei von hinten. Stimmt! Da kommen welche! Sie kommen! Was? Hahaha! Gut! Fällt mir mal. Gut! Kommt nur! Kommt! Oh! Platsch! Platsch! Wie sie hier versuchen hochzukommen. Platsch! Ah! Die haben doch gar keine Chance. Platsch! Joane! Kann ich dich auch wieder einsammeln? Können wir mal weitergehen. Obwohl. Das heißt ja immer noch. Verteidige den Kontrollpunkt. Watch your ass! Hahaha! Das ist immer ein bisschen zu spät. Jetzt kommt man da mit seinem Machete. Wunderbar. So. Ich höre noch mal ins Haus. Na gut. Schön ist, dass wir so einfach durch den Stacheldraht durchgehen können. Ich drücke den Knopf. Push. Super. Das wird jetzt den Knaller. Da kommt ja grad nix. Oh! Hier ist noch was. Molotow Cocktails. Das nehm ich dann auch nicht. Ich nochmal zwei. Ich höre schon wieder was schreien. Da! Wut! 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 nicht gestört hinter dir ich muss noch nicht äh gibt hier irgendwo ne panzerfausti bisschen spät da war ich schon fertig munition sehr viel und eine kettensäge Ich nehm die Kettensäge, weil ich hab noch keine dritte Waffe, da habe ich wenigstens eine Melee-Weppon. Die geht hoch. Schön, wie das leise macht. Da war jemand nicht leise. Gut, jetzt brauche ich auch nicht mehr leise sein, da ist was hochgegangen. Ja, die haben schon geschehen. Jetzt kommen sie hier. Nöööö, wieder ein Dicker neben mir. Tschüss, tschüss, ach tschüss. So, ich helfe dir nicht, dass ich Rache fäsche. Das letzte Mal. Oh, 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 oh. Lass mich hier raus. Schnell. Putz, ich kenne rein. Schnell. Ich glaube, ich bin tot, oder? Ich würde sagen, wir wurden gegessen. Jetzt noch so eine schöne Essens-Animation. Oh, schön wie der eine Zombie von uns geworden ist. Ich auch. Sonst gehe ich den anderen essen. Alle sind tot. Wunderbar. Deine Schuld. Wieso meine? Ach, ich finde es gut, dass man danach ein Zombie wird. So, Versuch Nummer zwei würde ich sagen. Ich schieße mal lieber nicht. Das machst du. Zieh mal da nehmen. Ist auch okay. Oh, Molotovs. Neh ich mit. So tötet man leise Zombies. Da ist noch einer. So eine Munitionskäste. Eine Waffenkäste. Schrotflinte, falls benötigt. Wo kann ich denn so ein Maschinengewehr anbringen? Äh, siehst du, die sind weiß umrandet. Die werden ja angezeigt. Dann nehme ich am besten diese Hochposition hier. Das ist glaube ich gut. Ich komme da gar nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Hier. So. Maschinengewehr aufbruch. Und da kannst du ballern. Das ballert von selbst, oder? Äh, ja. Gut. Also wenn es das stationäre ist, das normale. Du kannst dich übrigens da unten hinstellen. Guck mal. Denn ich gehe hier ran. Doch, da muss man sich selber ranstellen. Hier unten, da unten am mittleren Haus, rechts, das ist auch noch was. Rechts, also hier. Ah. Wie ich mich nicht ranstellen kann. Es geht nicht. Es geht nicht. Ja. Los. Was? Nicht zufrieden. Oh. Hier. Hier kann ich ran. Nö. Ah. Ah. Oh. Meine Waffe überhitzt gleich. Ich glaube, irgendjemand hat mich von hinten verteidigt. Ich kann nämlich nur nach vorne schießen. Ja, hab ich. Super. Soll ich hier stehen bleiben oder? Von hinten. Ich komme. Gut. Gut, gut. Gut, gut. Jetzt reicht's mir. Schön. Hier noch? Ach, ne doppelläufige... Putz. 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 Zombie-Schnetzeln ist das, was ich mag. Zombie-Schnetzeln jeden Tag. Feind vertrieben. Gut, gucken wir, wie er weitergeht. Ja. Ich hoffe, diesmal kommen wir ein Stück weiter als Frohlen. Open the gate. Warte mal, gibt's hier vielleicht irgendwas, was wir letztens übersehen? Negativ, negativ, negativ. Sieht erst einmal nicht so aus. So, nicht schießen, nicht schießen. Nicht schießen. Molotovs nehm ich mir wieder mit. Die Map baller ich dann wieder hier auf den Punkt da. Da, wenn man nicht leise läuft. Klappt das hier auch. Ja, ne? Siehst du, so einfach kann das sein. Wenn man einfach mal sich vorsichtig verhält, ne? Geht in, so we can board the door. Ich hör was. Ich habe... ...eine bloße Vorordnung. Von hinten. Hier sind Granatwerfer. Den nehm ich mir mal mit. Von hinten kommen vereinzelt welche. Oh, hier ist wieder ein großes Schausschützengewerfer. Oh Gott, oh Gott. Burn it! Du bist nicht. Da ist wieder ein Granatwerfer. Ja, das ist mein Alter. Achso. Was habe ich denn jetzt noch? Die kleine Knarre. Ich sehe jetzt wieder mehr. Wenn es da brennt. Putsch, 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 putsch. Putsch. Oh, von hinten, von hinten. Okay. Putsch. Oh, wie sich meiner gleich mal geduckt hat. Ich weiß auch nicht, was wir hier machen, aber wir sollten noch umgehen. Ja, ich glaube auch. Vielleicht geht das hier gar nicht weiter. Ich folge dir mal. So, ich bin oben. Lauf. Am besten einfach durchrennen. Wir müssen nämlich noch um. Ich sehe dich, Alpha. Du kommst auf dem Objektiv. Halt für die Suchleite. Danke, fuck. Let's make this fast. Irgendwas grunzt hier. Pst, 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 pst. Der hat uns noch nicht bemerkt. Ja, der hat der Dicke, ne? Ja. Ich folge dir mal leise. Alpha, you have targets moving on your position in force. Musst. Targets move on your position. Wunderbar. Aufbrechen. Halt rein hier. Halt dich bereit, das Haus zu verteidigen. Okay. Gelbe Dinger wieder suchen. Ich hoffe, Spannungsdinger ab. Molotoxx hier. Was? Barrikade. Ich errichte mal eine Barrikade. Der ist hier drin. Hast du mich? Ahaha. Ich komme wieder. Ja. So. Karma. Ich gehe mal hoch. Die Treppe hoch. Die warst du jetzt schon. Karma. Nicht so, dass er was gesperrt hat. Oh, scheiße. Ich sperrte mich halt aus. Dafür nehme ich ihn. Wunderbar. Der hat ja sich einen schönen Raum hier eingerichtet. Kann ich hier irgendwo? Ja, da. So. Da draußen ist noch was. Da draußen ist noch was. Du schaffst das. Let's do this. Reloading. Reloading. They are coming. Schön, wie du da unten rumrennst. Aus einem bestimmten Grund. I've made it. Ich habe nicht noch einen Gabby Kiste gefunden. Bleibt mal schön da unten, ihr Mistviecher. Was hast du unten gemacht? Ein Rohrspannungsding angebracht. Ah. Da können sie schön reinrennen. Da unten ist das Klima. Da, er kommt hoch. Putz. Nein. Nö. Alles auf. Clear. Kommt auch nur ganz wenige hier vereinzelt. Die hören die Schüsse wahrscheinlich nicht. Hinter uns. Äh, da kommt ein Bo. Was kommt? Ein Bulle. Also der Große. Okay. Plupp. Ja, ja gut. Ey, flogen. Hm, hm. Glauben nicht. Die Luft ist rein. Super. Ja, das lief doch. Ich könnte nur mal nachladen. Ist hier irgendwo eine Munitionskiste? Maschinengewehr schwer. Cool. Oh. Finde beide Akten-Taschen hier im Haus? Nee. Eine ist im Krankenhaus, hat er gesagt. Okay. Beim Ziel erreichen steht immer noch bei mir hier im Haus. Äh, du musst, ja, du musst jetzt den Weg langlaufen. Ich such den Weg gerade. Höh, ja. Höh, ja. Höh, ja. Ich liebe nicht all diese örtlichen Fenster. Höh, ja. Höh, ja. Höh, ja. Ah, jetzt hat sich meine Wegfindung aktualisiert. Gut. Bin voll ein bisschen schwerfällig. Mit dem Maschinengewehr. Ich mag diesen Platz nicht. Ist doch toll hier. Schöne Gemäuer. Oh, falls du dich heinen möchtest. Ah, hier ist ein Verbandskasten, ja. Den nehme ich mal mit. Heile nicht unbedingt eine Munitionskiste, wäre mal wieder gut. Höh. Falls du eine siehst. Na, da sind wir hier im Haus. Mit einer bestückt. Ähm. Kann er einfach durch die Tür durchgehen? Ohne sie aufzumachen? Haha, du warst einfach drin. So, ich höre was. Esportieren. Na super. Wo schießt ihr hin? Der hat gerade einfach durch den Boden geschossen. So, wir verteidigen jetzt einfach die Tür hier, ne? Geheimtüb? Wir können die Rüftops benutzen. Wir können die Rüftops benutzen. Wir können die Rüftops benutzen. Der Rüftops. Joa, ne? Wenn über die Dächer. Ich habe ein Visual an dir. Ob von hinten schon was nicht? Ne, von hinten nicht, aber von vorne. Putz, putz, putz. Oh, wie sie alle mal reinströmen. Irgendwo müssen die doch dann lang kommen. Ach, die versuchen, hier hochzukommen. Ah, ich habe ein schönes Maschinengewehr. Wollumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum automatische schrubflinte verzeihung möchtest die gefällt mir warte guck dir das an ist der vereinzelt oder soll ich jetzt den knaller zu schade sie kommen hier noch ein paar molotov so unsere kameraden sind schon irgendwo da drüben werden zu verheizung von zombies verfolgt ach so was habe ich gesucht verteidige das dach bis der hubschrauber bereit ist okay wunderbar jetzt soll ich den knaller zünden zündigt den knaller ich habe immer noch welche hier unten nur einer nur egal also ich muss mich mal schnell heilen hier stürmt schon wieder welche wo wollen sie denn hin an welche wand hier kann ich gar nicht hoch dann brenne ich euch mal nieder ich bin auf der fahre ich bin auf der fahre schade was noch irgendwo welche unter uns hier Ihr kommt hier nicht hoch. Überall stinkt's. Du solltest vielleicht weniger Bohnen essen. Ja. So, erreiche den Hubschrauber. Mission geschafft, würde ich sagen. Boah, ich bin da. Okay. Kommen schon wieder die nächsten Massen. Die wollen nicht. Barbarossa hat keine Lust, zum Hubschrauber zu kommen. Hurra! Wie soll ich? Sie wollen. Drei Tage später. Hey, wir haben's geschafft. Wir haben den Hubschrauber. Hey, nach Stunden. Ich bin okay. Ich bin okay. Schau an sie. Sie werden nie stoppen. Wir können unsere ganze Leben nicht mehr zu verändern. Ich denke, ich kann damit helfen. Sieg. Ja, wunderbar. Gab bestimmt auch wieder nette Erfahrungspunkte. Mhm. Ah, ja. Diese Leute. Naja gut, kann man nix machen. Ist bei so nem Spiel so. Da müsst ihr immer drauf gefasst sein. Tausend Zombies. Ja. Er hat tausend Zombies gekillt. Wunderbar. Ah, nun gut. Für die Folge ist es das gewesen, Leute. Haha. Ich hoffe, in der nächsten Mission haben wir nicht schon wieder dieses freie EP-Gedöns. Sondern kommen ein bisschen weiter. Das will keiner sehen. Das können sie selbst spielen. Ja, bis dahin. Family Madness sagt tschau. 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 Vielen Dank.